So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO. Eine kleine Infofolge wieder. Wir haben gerade gestreamt Raids für Zuschauer mit Voltolos. Ich muss sagen, es war sehr ruhig. Deshalb werde ich morgen am Freitag keinen Raid-Stream machen. Habe ich erst überlegt. Werde ich aber weglassen, denn ich möchte morgen noch ein Video mit Hannes zusammen hochladen. Drei Bier, drei Bosse und jetzt abends kommt das noch. So habt ihr Zeit, das zu gucken. Dann das Video von heute zu gucken, also Raid am Mittwoch. Das Apex-Lukia-Video zu gucken, euch für Freitag die drei Bier, drei Bosse vorzunehmen. Und Samstag gibt es ja nochmal Voltolos Raids für Zuschauer. Wer noch das Shiny möchte oder sagt, er hat Bock auf dieses Pokémon. Denn es ist wirklich der Beste oder einer der besten Elektroangreifer. Kriegt mega hohe WP. Deswegen solltet ihr euch unbedingt gute IV sichern. So rum. Und das erste Mal den Shiny da. Verstehe ich gar nicht. Dass die Leute da so zurückhaltend sind. Die wissen gar nicht, wie gut das ist, glaube ich. Und Elektroangreifer gehen einfach immer. Jetzt aber Thema Safari-Zone Sevilla. Ich habe ein Ticket. Pupsi hat auch ein Ticket. Ich bin überlegen, ob ich vielleicht Safari-Zone Sevilla einen Livestream machen werde. Und da ein bisschen zockt, damit ihr sehen könnt, wie das da so zugeht im Park. Jetzt gibt es aber noch genauere Infos dazu. Auch über die Pokémon, die da erscheinen. Und ich weiß nicht, wer schon mal bei einer Safari-Zone war. Ich war schon bei mehreren Safari-Zonen. Manchmal mit Ticket, manchmal ohne Ticket. Selbst wenn man kein Ticket bekommen hat, konnte man draußen ums Gelände herum spielen. Da gab es Purchase mit Hong, mit Philipp, mit Tati, mit hin und her, mit keine Ahnung. Also Philipp von der Pugemuk-Map. Das waren auf jeden Fall alles legendäre Zeiten. Und ich möchte euch jetzt mal hier zeigen, was es Neues gibt. Was hier jetzt steht. Pokémon Go Safari-Zone in Sevilla. Die nächste Pokémon Go Safari-Zone findet von Freitag, den 13. Mai bis Sonntag, den 15. Mai, im Park del Alamilo in Sevilla statt. Ich habe ein Ticket für den Samstag, weil das, fand ich, war die beste Zeit einfach. Genießt das warme Klima in Sevilla, während ihr diese malerische Stadt erkundet, in der es viel Neues zu entdecken gibt. Das Pokémon Go-Spielerlebnis wird durch Attraktionen und Giveaways vor Ort bereichert. Die historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten in Sevilla laden zu kunstvollen Eier-Schnappschüssen ein. Auch eure Postkartensammlungen könnt ihr dort mit Souvenirs bereichern. Hinweis, es gibt keinen globalen Gameplay-Anteil zu diesem Live-Event. Und das finde ich eigentlich am besten, weil wenn das weltweit spielbar wäre, hätte man ja eigentlich gar nicht unbedingt den Anreiz, da hinzufahren, da hinzufliegen, sich ein Ticket zu holen, wenn du sowieso einfach bei dir zu Hause die gleichen Sachen hast. Deswegen habe ich ja gehofft, dass das Go-Fest dieses Jahr wirklich vor Ort ist und nicht weltweit, damit man eben wieder was ganz Besonderes hat, ein ganz besonderes Erlebnis, oder es noch eine Safari-Zone auch in Deutschland geben wird. Bisher ist keine Safari-Zone in Deutschland angekündigt. Eine zweite, die wohl vielleicht in Italien stattfindet, steht in den Startlöchern. In Deutschland ist bisher nichts bekannt an Safari-Zone, aber ein Go-Fest dann im Sommer, was weltweit im Juni, aber vor Ort in Berlin im Juli sein soll. Was der Unterschied ist, weil mal ehrlich, wenn ihr jetzt euch ein Ticket kauft für den Juni, die Spawns habt für das Go-Fest und dann einen Monat später das Go-Fest nochmal spielen könnt, müsst dafür aber ewig weit fahren, 5, 6, 10 Stunden plus Hotel plus alles hin und her, um dieselben Spawns zu haben, die ihr davor den Monat schon überall gekriegt habt, finde ich das irgendwie nicht so sinnvoll. Hätte man das richtig gemacht vor Ort und die Leute, die kein Ticket hatten oder da nicht hinkonnten, die können nachträglich das weltweit spielen. So rum hätte ich es irgendwie besser gefunden, als dass man alles kriegen kann und dann trotzdem nochmal fahren soll für das, was man eh schon hat. Das soll jetzt irgendwo der Park sein. Jetzt weiß ich nicht, was genau der Park ist. Hier hinten, das Grüne, dieses riesengroße Grüne Etwas, dann sieht das auf jeden Fall sehr interessant aus. Und daneben ist gleich das Wasser, da könnt ihr euch gleich abkühlen auf die dicken Vier und so. Angebote vor Ort. Bei der Pokémon-Go-Safari-Zone in Sevilla gibt es verschiedene Attraktionen. Meet & Greet mit Pikachu und Evoli. Von mir gibt es ja auch Fotos mit Pikachu. Was ich auch getroffen habe damals in der Safari-Zone, beim Go-Fest gab es sogar dann, glaube ich, Pikachu und Evoli, aber Evoli gab es eben noch nicht immer. Dieses Pikachu ist schon legendär. Den ganzen Tag bei tausend Grad im Schatten, in diesem fetten Kostüm rumrennen. Das war auf jeden Fall immer ein Blickfang. Offizielles Pokémon-Merchandising gab es da auch immer viel zu kaufen. Meetups mit beliebten Content-Creators. Ich bin nicht dabei, bin ja nicht beliebt. Und da hast du schon auch Leute gesehen. Da sind viele mit Kameras rumgeraten, die für ihre großen oder auch kleineren YouTube-Kanäle da immer Sachen gemacht haben. Also wenn das wirklich in Deutschland so oder bei uns in der Nähe ist, empfehle ich jedem wirklich da hinzugehen, sich sowas mal anzugucken. Tolle Gewinne durch Trainerkämpfe und Fotopunkte. Was jetzt für euch aber interessant wäre, am meisten umzuentscheiden, ob ihr ein Ticket kauft oder kein Ticket kauft, ob ihr, selbst wenn ihr nicht vor Ort seid, aber euer Account vor Ort sein kann, sich das lohnt für euch ein Ticket zu kaufen. Diese Event-Pokémon wird es also exklusiv jetzt vermehrt geben, den ganzen Tag über. Es gibt keine Habitate oder so. Das sind einfach die Sachen, die vermehrt spawnen. Wir haben Rettan. Wir haben Pikachu. Wir haben Macholo. Macholo-Bomboms gehen immer. Gönnt euch Macholo. Gönnt euch Shinies davon hin und her. Kleinstein. Finde ich auch immer noch sehr cooles Pokémon. Ponita. Tauros als das Kontinentale, was dann da verfügbar ist. Tauros-Bomboms. Tauros-XL. Tauros-Shiny. Wer das noch nicht hat, ist einfach eine mega gute Gelegenheit, weil ja bei den Safari-Zonen, die Shiny-Raten immer stark erhöht sind. Ich finde, Tauros ist das Highlight aus der ersten Zeile. Dann habt ihr Woldilam. Ist ja auch ein C-Day-Pokémon. Wir haben Traunfogil. Wir haben Icognito, den Buchstaben E. Nur das E. Ganz alleine. Nicht Shiny verfügbar. Finde ich ein bisschen schwach, weil sonst hatten sie ja so Worte wie Safari oder wie Dortmund oder wie Europe, also Europa. Wenn hier wirklich nur das E ist, dann ist das, glaube ich, die kleinste Icognito Safari, die es gibt. Dann habt ihr Panzer Aeron, ihr habt Hunduster, ihr habt Miltank. Miltank auch richtig cooles Pokémon. Als Shiny werden sich da auch ganz viele Leute drauf freuen. Am seltensten wäre eigentlich Icognito, aber mein Favorit. Hier ist wirklich Miltank. Eben auch durch das Shiny, weil ich das Pokémon übelst genial finde. Also wieder hier hinten gewonnen. Dann haben wir nochmal Roselia. Roselia wurde damals in der Safari-Zone Dortmund erstmalig als Shiny eingeführt, als ich mit Crystal dort unterwegs war. Also mit der Christine, Crystal. Die hieß auch so ein Pokémon. Haben wir uns über jedes Roselia gefreut, weil das dann geglitzert hat und man gesagt hat, wow, guck dir das an. Ich habe eins, ich habe eins. Und dann ist man rausgegangen. Mittlerweile, ja, das ist auch sein Seeday gehabt und alles. Aber das war damals auch ein toller Moment, als das frisch eingeführt wurde. Also Roselia hier, Sonnfell, Krebskorps. Schnurrgarst. Gleich direkt die Entwicklung. Ist auch ein bisschen seltsam. Floing und hier Dings. Ne? Haben wir auch. Dealing. Also das Sesokitz. Aus dieser Kategorie müsste eigentlich Floing am krassesten sein, weil es ja der Star da ist. Ist aber für mich persönlich das Highlight Krebskorps, weil Krebskorps durch die Safari-Zone neu als Shiny eingeführt wird. Gönnt man sich, ist das Highlight aus dieser. Und hier unten habt ihr dann noch Leufeo, Shiny, ihr habt Choriogl und ihr habt Capuno. Und von den dreien ist natürlich auch Capuno das Highlight auch als Shiny. Wer da noch kein Shiny hat, Capuno, Bonbons, ein gutes Capuno, Bonbons sammeln, alles hin und her, hochziehen. Finde ich also auch richtig cool. Ist übersichtlich. Manche sagen, das ist ja jetzt wirklich nix. Andere sagen, das ist schön übersichtlich. Da kann man sich auf bestimmte Dinge konzentrieren und gezielt danach jagen, was man eben braucht, gerade an Shinies. Und so kenne ich auch die Safari-Zone. Das war nie so überladen wie eine Jodo-Tour. Das war nie so überladen wie ein Go-Fest. Das war einfach Safari-Zone an einem Ort, da gab es bestimmte Pokémon und da habt ihr den ganzen Tag Zeit gehabt, konntet in Ruhe spielen, euch alles angucken, chillen, Forschungen machen, hin und her. Deswegen Safari-Zone war auch bisher immer ohne Raids. Es gab keine Raids, keine Arenen, nix in der Nähe eigentlich, weil man sich wirklich gemütlich da in dem Park bewegen sollte, aufhalten und fangen. Also Tauros, Miltan, Krebskorps, Capuno. Ist es euch das wert? Würdet ihr dafür ein Ticket kaufen oder sagt ihr, nee, kein Bock? Ich find's cool. Hier steht auch, mit Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen. Mit Glück begegnet ihr einem schillernden Krebskorps und es ist eigentlich wirklich alles schillernd verfügbar, bis auf eben das Icognito, das Sesso-Kids und das Choreogel. Get your Ticket, Early Access, 26 Euro, hab ich, 9 bis 18 Uhr, hab ich glaube ich gesagt, vielleicht könnte ich ja 9 bis 11 die 2 Stunden vom Early Access streamen und den Rest dann so spielen, für mich. Wäre jetzt dann mein Plan. FAQs stehen auch noch hier, wen das interessiert, Anfahrt, Gesundheit, Sicherheit, Besucherservice, Müllentsorgen, Barrierefreiheit, Presse, also für euch wichtig sind wahrscheinlich einfach nur die Event-Pokémon, die es hier gibt. Was sind eure Highlights? In welcher Zeile, welches Pokémon aus welcher Zeile findet ihr am genialsten und welches insgesamt? Für mich ist eigentlich Tauros immer noch ein Highlight, da wirklich mal XL zu sammeln, um einen 100% Tauros auf Level 50 zu ziehen. Das wird wahrscheinlich mein Ziel sein. Ob ich es erreiche, weiß ich nicht. Ansonsten war es das, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr ein Ticket für diese Safari-Zone? Ja, nein? Oder würde euch das interessieren, wenn die so in Deutschland stattfinden würde, würdet ihr euch dann ein Ticket holen? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns dann irgendwann die Tage. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.